Wir wollen heute darüber reden, ob Hero Hub und Help noch ein aktuelles Modell ist oder nicht. Ich bin Eike von Klein-Aber, Stratege hier bei uns und neben mir sitzt Simon, ebenfalls in der Strategie ansässig und der Geschäftsführer von dem ganzen Bums hier. So ein perfektes, ich fand das Intro perfekt. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist Hero Hub und Help Bullshit? Das ist die Frage. Die Frage ist, gilt das noch? Fragst du jetzt die Kamera? Ja, ich frage das, weil das ist eine Sache von, darum geht's. Ist Hero Hub und Help eigentlich Bullshit? Ihr habt davon gehört, ihr wisst, was es ist, aber ist es noch aktuell? Braucht man Hero Hub und Help auf einem Kanal? Auf einem Kanal? Ich finde, wir machen das bei Kleinanzeigen perfekt. Ich finde es als Prinzip, ist es gut, dass es das gibt. Dass man auch auf einer Ebene miteinander reden kann und sagen kann, ja, das ordnen wir wie ein. Nur, wenn wir jetzt die Kleinanzeigen-WG nehmen, kann man sagen, da haben wir ein Hub-Format. Das ist ein fiktionales Soap, wo drei Leute in einer WG zusammenleben und da passieren Geschichten. Und das ist komplett bingeable, ein klassisches Hub-Format eigentlich. Und dann braucht etwas zum Wachsen, wie ein Creator, der auch ab und zu mal sein Wachstum beschleunigt, indem man mit anderen Creators mal was macht und so weiter, ist unser Leuchtturm-Content. Man kann sozusagen auch unser Hero-Content sagen, dass wir ab und zu mal größere Gäste einladen, die eventuell dann auch nochmal neue Reichweiten mit dran mitbringen. Und ich finde, wenn man da nur so ein leichtes Prinzip von Help-Up-Hero mit drüber legt, dann kann man sagen, gut, das ist das Prinzip nur in einem Format in sich selbst. Ja, genau. Und du hast halt keinen Help-Content dabei. Genau. Und wir vergessen, also wie gesagt, wir nehmen nur leichte Prinzipien davon, um einen Kanal zu gestalten und auch das organische Wachstum natürlich irgendwie anzutreiben, indem wir Gäste einladen. Es ist aber nicht mehr in sich selbst komplett. Also ich will nicht sagen, Help-Up-Hero, du musst alle drei machen, dann funktioniert ein Kanal. Das ist es nicht. Genau. Und ich glaube, du hast es direkt am Eingang auch so in so einem Halbsatz angerissen. Ja, weil du gesagt hast, so auf einem Kanal, Fragezeichen. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Die Frage ist, Hero-Hub und Help erfüllen Zwecke. Komplett. Ganz gezielt sind die für bestimmte Dinge, die du erreichen willst. Für bestimmte Ziele, die du dir setzt, sind diese Formate da. Wenn ich sehe, ich will diese Art von Traffic oder ich will diese Art von User-Intent, dann baue ich dafür ein entsprechendes Format. Aber die Frage ist, ob das auf dem gleichen Kanal stattfinden sollte, weil diese Einheitlichkeit im Kanal in meinen Augen über allem steht. Es ist viel wichtiger, dass jedes Video für jede Zuschauerin relevant ist, für jede Zuschauerin gebinget werden kann in Folge und egal in welcher Reihenfolge, als dass du auf einem Kanal Hero-Hub und Help vereinst. Was ich gerne mache, um Kundinnen das zu erklären, um da auch das Verständnis irgendwie zu machen, dass man, hey, alles, was ich auf einem Kanal mache, muss irgendwie entweder eine Brücke zueinander schlagen oder in derselben, dieselbe Zielgruppe ansprechen. Ist es so, Podcasts als Beispiel. Kennst du irgendeinen Podcast, wo abwechselnd irgendwie random Content gemacht wird? Also, wie es auf YouTube der Fall ist, ist so, man spielt drei komplett unterschiedliche Formate auf einem Kanal, die drei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Sowas gibt es im Podcast-Bereich nicht. Ich verfolge einen Podcast, weil ich immer wieder das Gleiche haben will. Und darum verfolgt man ja auf YouTube-Kanälen, weil ich immer wieder, weil ich jemanden gefunden habe, der macht coole Koch-Videos. Ich habe jemanden gefunden, der macht lustige Comments oder Reactions. Dann will ich das immer wieder haben. Darum folge ich ja, weil ich das mag. Und dann erwarte ich nicht, dass nächste Woche irgendwas anderes gemacht wird. Und was Creator für sich entdeckt haben ist, nimm mir PewDiePie, der hat sich selbst, er selbst ist der rote Faden auf seinem Kanal und deswegen folgen Leute. Aber auch für seine eigene Abwechslung hat er halt Formate, in denen er mal Memes reviewt und mal das. Aber er ist ja die Einheitlichkeit durch allem. Und wir haben das ja bei kleinen, aber lecker gemacht. Also wir haben ja beispielsweise, unsere Zielgruppe ist, vielleicht kannst du mich da auch ergänzen, falls ich das jetzt falsch sage, aber wir können nicht kochen und wir versuchen einfach Koch-Videos zu machen? War das so der Entend? So ging es auf jeden Fall los. Okay, und dann haben wir gelernt zu kochen. Aber wir haben ja auch auf dem Kanal unterschiedliche Formate dann gemacht, die aber trotzdem immer noch dieselbe Zielgruppe angesprochen haben. Beispiel die Bilu-Videos mit, wo wir die Deos, ich weiß es nicht, also Deos oder Duschschaum, weil wir da so Rezepte gemacht haben, die irgendwie die Geruchs- oder Geschmacksrichtung irgendwo in die Richtung. Ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, aber das ist ein gutes Beispiel auf einem Kochkanal, machen wir ein Format. Und ich würde es behaupten, ja, aber ich würde es nicht bewerten danach, dass ich Shampoo nachkochen kann. Aber ja, im Endeffekt ist es auf einem Kanal ein eigenes Format, das auch Abwechslung bringt und die Zuschauer auch ein bisschen engaged mit Abwechslung, was aber immer noch am Ende dieselbe Zielgruppe anspricht. Genau, du kommst zu kleiner Baleca nicht, um ein bestimmtes Rezept zu sehen, um zu wissen, wie man jetzt Spaghetti Bolognese macht und so weiter, sondern du gehst da hin, weil du dich inspirieren lassen willst oder weil du dich hinterhalten lassen willst zum Thema Food. Im Kern haben die beiden oder die drei Formate jeweils, beschreiben einfach einen Zweck, ein Ziel, das du mit dem Video verfolgst. Bei Help-Content hast du das Ziel, ein Problem zu lösen, also jemand hat ein Problem und dein Video ist die Lösung dafür. Das heißt, Leute sind am Suchen und die wissen schon, dass sie ein Problem haben. Inspiration ist also nicht gefragt, weil, ne, Inspiration ist das Problem, aber du weißt, was ich meine, ne, also ich will jetzt meinen Backofen reinigen. Wie reinige ich meinen Backofen? Das Video erklärt mir, wie ich den Backofen reinige, so straight forward. Dann ist mein Problem, also mein Grund, aus dem ich auf YouTube gegangen bin und nach einem Video gesucht habe, ist befriedigt. Es bedarf keines weiteren Videos mehr, außer dein Video war scheiße und hat mir nicht erklärt, wie ich den Backofen sauber mache. Dann suche ich weiter. Dann gibt es den Zweck von Hero-Content, der soll neue Leute ansprechen, Awareness schaffen für dich, für deine Marke, für deine Bedürfnisse, für deine Werte, was auch immer. Soll wie so ein Leuchtturm funktionieren, neue Leute anziehen. Und dann gibt es Hub-Content und der soll die Leute dazu bringen, sich immer wieder regelmäßig mit dir zu beschäftigen, zu bingen und so weiter. So, und das heißt, der Hub-Content holt die Zuschauerinnen und Zuschauer an einem Moment ab, wo sie in der Regel nach Unterhaltung oder Inspiration suchen und wo sie mehr von der gleichen Sache sehen wollen. Und wenn du jetzt ein Spaghetti-Bolognese-Rezept hast und der Need, aus dem das funktioniert, ist ein Help-Need, also im Sinne von, du löst ein Problem, entweder du löst das Problem oder dann hören die Leute aufzuschauen oder du löst das Problem nicht, dann geht es vielleicht in eine Binge-Session, aber die Binge-Session ist eher aus Verzweiflung heraus. Du kannst also nicht hubigen Help-Content schaffen, weil entweder ist dein Ziel, die Leute zum Bingen zu bringen und deren Need ist es, nach Inspiration oder Unterhaltung zu suchen. Oder du hast die Leute, die ein Problem haben und das Problem lösen wollen und dann löst dein Video das. Also es ist entweder ein Hub-Video oder ein Help-Video, weil wie soll denn beides in einer Form passieren, außer du hast die Mechanismen, wie bei, also deine Business-Mechanismen im Sinne von, die Leute zum Bingen zu bringen, eingebaut, weil dein Problem wiederkehrend ist. Also ein Beispiel wäre jetzt Liebschau und Bracht mit Rückenschmerzen, du hast halt jede Woche wieder Rückenschmerzen oder jetzt, um vielleicht nicht Schmerzen zu nehmen, weil so ein negatives Thema. Kochen eigentlich ein bisschen schöner. Ja, aber Kochen ist was anderes. Aber das muss ja auch jede Woche werden. Ja, 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 aber gleich dazu, warum das ein Unterschied ist. Nimm lieber sowas wie Maddie Morrison und Meditation oder sowas. Also ich gucke mir die gleiche Übung und auch das gleiche Video durchaus mehrmals an, weil ich das auch benutze als Teil meines, es ist Teil des Prozesses mehr. Und das Problem ist ein wiederkehrendes Ding, also es wird zu meiner Routine. Bei Kochen willst du in der Regel nicht jede Woche das, ne, also die gleiche Art von Rezept. Du suchst, ich will heute Spaghetti Bolognese machen, hier ist ein Spaghetti Bolognese-Rezept. Was anderes wäre, auf einem Kochkanal Videos zu machen, die dich inspirieren. Also zu sagen, fünf Rezepte in fünf Minuten. Und dein Need, aus dem du herauskommst, ist, hey, ist ein Inspirations-Need, so, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Das ist ja eine andere Art der Problemstellung, da suchst du nach Inspiration. Und da bist du aber nicht mehr im Help-Bereich. Sondern eher im Hub-Bereich. Genau. Ich habe es nur ein bisschen vereinfacht gesagt, ich wollte es halt einfach mal auch unter ein Schlagwort packen, ist so. Ja, aber das machen doch die, das ist genau das Ding. Die Kunden machen es sich einfach, ne, oder Brands machen es sich einfach und sagen, dann machen wir hubigen Help-Content. Weil sie nicht klar, also weil Trendschärfe immer auch erfordert, Kompromisse zu machen, sich zu entscheiden, sich festzulegen. Und das fällt vielen schwer. Und ich finde es sowieso, also, hey, meine Frage an dich, und lass uns dabei bleiben, wann würdest du Hub-Content empfehlen? Also wirklich Problemlöser-Content. Da hätte ich jetzt Bock auf deine Antwort, weil das habe ich dich so clean noch nicht gefragt. Ja, in unterschiedlichen Szenarien, glaube ich, hat das einen Mehrwert. Also mal angenommen, du hast zum Beispiel ein wahnsinnig erklärungsbedürftiges Produkt, das aber, also du hast zum Beispiel ein B2B-Produkt. Es gibt eine klare Nische, die einen klaren Need nach deinem Produkt hat. Ja. Die Wissen von ihren Problemen. Fragen danach haben. Richtig, exakt. Aber der Invest ist 15.000 Euro und ich will jetzt wirklich mal recherchieren, was ist hier das, das Ding, was ich, was ich jetzt, welche Software in die ich investiere oder welche Maschine ich da kaufe und so weiter. Customer Support. Ja, also wir haben durchaus ja Kunden, die sagen, es ist für uns sehr teuer, wenn unsere Kundinnen sich bei uns melden mit vielen Support-Anfragen. Wir wollen nicht, dass die sich melden, wenn sie eine Frage zu ihrer Abrechnung haben, wenn sie eine Frage zu einer Rücksendung haben, was auch immer. Das ist es insgesamt ja auch günstiger zu produzieren. Also das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, weil die meisten Firmen, also nicht nur, weil die meisten Firmen irgendwie einen Produktansatz haben, irgendein Produkt, was erklärungsbedürftig ist oder sonstiges, sondern weil es halt in den meisten Fällen einfach cheaper ist. Es ist cheaper, eine Kamera aufzustellen und da reinzuerzählen, was mein Produkt, wie das funktioniert und so weiter. Darum sind die meisten ja so, hey, wir würden gerne einmal damit starten. Den meisten ist ja auch gar nicht bewusst, dass Hub-Content dann viel teurer ist, weil Videoproduktion in manchen Fällen ja auch noch so ein bisschen so, wir wissen noch nicht so ganz, wie es teuer ist. Wir haben 100 Euro, könnt ihr uns drei Videos machen? Können wir einen YouTube-Kanal starten? Ich habe hier einen Koffer, das ist nur ein bisschen drin. Und die Frage ist ja auch genau deswegen, also die meisten Kunden kommen ja genau deswegen mit, hey, Hub Hero, haben wir uns gegoogelt, wissen wir, bla bla. Und das wenden wir ja auch an und wir kommen hier nicht mehr weiter, irgendwie funktioniert was nicht. Also dieses Wissen, wie kann man sich ja heutzutage auch selber aneignen, ohne dass man eine Agentur dafür braucht. Und dann wird auch manchmal gemacht oder es wird gemacht mit zehn anderen Agenturen gleichzeitig. Und es gibt welche, die machen das, es gibt Marken, die machen das extrem geil. Also es gibt wirklich keinen Grund, sich eine Agentur zu holen, weil wie du sagst, du kannst dir alles selbst beibringen. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, man braucht halt einfach eine Menge, also man muss eine Menge Zeit investieren, auf dem Stand zu bleiben und sich zu verschiedenen Themen zu informieren. Weil du hast bei YouTube eine große Bandbreite an Themen, die zusammenkommen, die in Agenturen und Unternehmen oft auch auf verschiedene Stakeholder, verschiedene Personen verteilt sind, aus gutem Grund. Du hast Media, also die Aussteuerung von Videos und das Schalten davon. Das durchaus anders ist als Influencer Relations, wo du halt irgendwie jetzt Creatorinnen und Creator buchst, einen kaufst und so weiter. Du hast eben diesen ganzen Produktionsprozess, du hast das Schreiben von Videos, das Drehen, das Schneiden und so weiter. Eine Person zu finden, die jetzt all das in geil macht und noch zu YouTube auf dem Stand bleibt, ist halt, also es gibt es, aber da ist schon viel, viel Passion sozusagen, die dahinterstehen muss. Anders als bei einem Creator ist es dann ja oft schwer, auch eine intrinsische Motivation da drin rauszustellen. Und ich glaube, Marken unterschätzen, dass man eben nicht mit einer Person, setzen wir mal, die macht so Social und die macht jetzt auch noch YouTube mit, weit kommt, wenn man es in-house machen will. Wenn du es in-house machen willst, brauchst du eigentlich wirklich mindestens eine Vollzeitkraft, eher zwei, die sich da drum kümmern. So, und dann bist du auch bei 100.000 Euro im Jahr, ne, mit Gehältern und wahrscheinlich eher 150 mit Gehältern und mit Technik und mit Software und mit ein paar Fortbildungen und ein bisschen Support von außen und so weiter. So, und dann hast du immer noch kein Media-Budget investiert und so weiter. Und dann wird es ganz schnell, macht es dann keinen Preisunterschied mehr, zu einer Agentur zu gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wo es eher eine Frage ist von, was kannst du sinnvollerweise in-house aufbauen mit deinem Betriebsrad und was auch immer dann noch an Rattenschwanz dazu kommt, ne, und was, plus, wenn da jemand krank wird, dann geht halt kein Video live oder wenn da jemand im Urlaub ist oder, ne, holst du dir halt eine Agentur und dann hast du eine gewisse Verlässlichkeit da drin. Aber eine Agentur ist definitiv keine Allheilmittel, weil, ich meine, guck dir die Konkurrenz da draußen an so, ne, es gibt halt nicht so besonders viele YouTube-Agenturen und eine Social-Media-Agentur, die sagt, sie kann YouTube, ja, das möchte ich aber mal sehen. Also gibt es ja, die machen das ja, die Ergebnisse, andere Sache. Ja, aber ich finde, das bringt uns auch zu einer ganz guten Sache, weil dieses Help-Up-Hero finde ich in den meisten Fällen immer falsch verstanden, weil einfach da eine Subline zu fehlt in meinen Augen. Es ist halt, nämlich die Subline zu Help-Up-Hero in jeder Erklärung, also die meisten Kunden verstehen es ja auch irgendwo, indem sie sagen, ja, okay, das ist was aufwendig Produziertes, du musst viele Leute erreichen und dann haben wir das. Lass mich zu meinem Punkt kommen, ich weiß, du bist richtig heiß heute, lass mich auch. Die Subline darunter sollte sein, dass im Help-Up-Hero, wenn ich einen Channel habe und Help-Up-Hero darauf betreibe, muss alles zueinander irgendwie eine Brücke schlagen, alles muss irgendwie zueinander passen. Und am besten hast du einen Kanal, den eine Zielgruppe anspricht, jedes Format auf diesem Kanal spricht dieselbe Zielgruppe an und jedes Video auf dem Kanal spricht dieselbe Zielgruppe an. Und das bringt mich zu einem guten Punkt, Unterhaltung. Viele vergessen, glaube ich, auch sehr oft, was YouTube auch ist. Alle sind immer so, ja, YouTube, eine Suchmaschine. Ja, cool, aber ich gehe nicht abends nach der Arbeit aufs Sofa und gucke mir Billy-Aufbau-Tutorials an. Das ist jetzt nicht so mein kleiner King. Ich habe Bock, irgendwas Entertaininges zu gucken. Also, es ist mein Daily-Rhythmus. Ich gucke abends in meine Abonnenten-Feeds rein, gucke, was so cooles ist und was ich mir beim Abendbrot in den Ball reinziehen kann. Oder wenn ich gerade Lust habe, mal was zu gucken. Wir jagen immer nach neuen Serien und Filmen und genauso bin ich auf YouTube auf der Jagd nach coolen neuen Stuff, was für mich eigentlich, bin ich mehr auf YouTube als Netflix. Und darum ist es wichtig, da auch serielle Sachen zu packen. Und ich finde so, Help-Content ist wichtig, aber Help-Content hat also klassische Problemlöser-Videos. Ich erkläre was und dann weißt du, wie es geht. Hat ein Riesenproblem. Und das ist halt, es hat eine organische Grenze. Es ist super und das ist in meinen Augen, es ist super, um klein, also von null auf 5000 Abonnenten zu kommen, wenn du nicht sichtbar bist. Es ist halt super, über die Suche sichtbar zu sein. Aber man sollte dann irgendwann damit aufhören und vielleicht auch zu einem Hub-Content übergehen, wenn man was aufgebaut hat. Aber man muss darauf achten, dass die Community schon irgendwie dieselbe Bubble bleibt, weil dann auf einmal einen Kochkanal starten und dann Sportvideos machen. Dann, okay, kann man irgendwie eine Brücke schlagen, wenn es um Gesundheit geht und so ein Kram. Ja, ja, ist aber schon klar. Aber ja, es ist wichtig, da auch dieselbe Community im Auge zu bleiben. Aber wie viel Reichweite ich über Suche generiere, ist abhängig davon, wie viel Archiv-Content ich habe. Und wie viel Suchvolumen es gibt. Also wie viele Leute wissen schon, dass sie das Problem haben. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist halt dieses Limit da. Du erreichst die Leute, die ein Problem haben und die schon davon wissen. Und wenn deine Marke darauf baut und dein Ziel ist, diese Leute zu erreichen, die schon wissen, dass sie irgendwie halt ein Problem oder ein Produkt oder was auch immer wollen. Fein. Aber halt wirklich skalieren wirst du das nicht mit Hub-Content. Also deine Community wirst du nicht aufbauen auf Hub-Content. Guckt euch mal die ganzen Kochkanäle an. Die Kochkanäle, die wirklich Hub-Content machen, die wirklich Rezepte machen. In der Regel haben die keine richtig große aktive Community im Verhältnis zu den Views, die sie haben und im Verhältnis zu den Abos, die sie haben. Die Leute abonnieren das als eine Art Reminder mit so ganz coole Rezeptvideos, komme ich mal später drauf zurück. Aber das ist wie ein Lesezeichen und nicht wie hiervon will ich jede Woche neue Videos sehen. Und du siehst es auch in den View-Zahlen. Die Videos machen dann in den ersten Wochen oder in den ersten Tagen auf jeden Fall ein paar wenige tausend Aufrufe, obwohl der Kanal hunderttausende Abonnenten hat. Und das wirst du bei einem gut funktionierenden Kanal, der tatsächlich auf Hub-Content, auf Inspiration und Unterhaltung setzt, wirst du das nicht haben. Da wirst du von Anfang an eine viel, viel höhere Traction auf den Videos haben. Und von daher, also wenn du wirklich auf Community-Aufbau gehst und du willst wirklich auf YouTube das Ganze hochskalieren, dann wirst du mit Hub-Content nicht zum Ziel kommen. Nein, also organisch vor allem auch nicht. Also exponentiell wachsen. Also es ist ja eine Sache, wo man viel sagt, wo ich Kunden habe, so ey, ich wachse organisch nicht. Ich habe hier immer eine Grenze und irgendwie komme ich da nicht rüber. Ja, weil ihr nur suchgetriebenen Content macht. Oder die Videos scheiße sind. Also das Schöne bei Hub-Video, das ist eine qualitative Bewertung, das Schöne bei Hub, und das ist ja das, was alle sagen, ja, deswegen müssen wir SEO optimieren. Dann gehen wir durch die Decke. Nein, das geht so. Also es geht vielleicht bei Webseiten, aber nicht bei Videos. Ich weiß nicht mal, geht es noch bei Websites? Lass es uns in den Kommentaren wissen, alle SEO-Spezialisten da draußen. Zum Glück sind wir keine Website-Firmen. Ja, das ist echt so. Das ist, aber da kommt der Trugschluss her, wo man denkt, hey, SEO funktioniert, weil Hub-Videos funktionieren, weil die werden gefunden und organisch, bla. Die haben halt eine Grenze und das Thema dahinter ist, dass die, ich habe den Faden verloren. Das macht gar nichts. Aber der Punkt ist tatsächlich, was du sagst, mit dem Wachstum, wenn du jetzt Videos, Suchmaschinen optimierst, änderst du damit nicht die Größe der Zielgruppe, für die das relevant ist. Ja, total. Nicht das Bingen. Irgendwie der Prime-Videoserie halt mir Jack Reacher ein ganzes Wochenende durchziehe, eine ganze Staffel gucke. Das heißt, ich mache aus einer Person nicht einen View, sondern zum Beispiel zehn Views, weil diese Person zehn Videos schaut. Die Akquisekosten für diese Person, also was ich tun muss, damit diese Person auf meinen Kanal kommt, sind ähnlich. Natürlich habe ich weitere Videoproduktionskosten, aber trotzdem diese Person zu gewinnen, ist erstmal ein ähnlicher Aufwand. Aber wenn ich die dann konvertieren kann in zehn Views, dann wird dieses exponentielle Wachstum möglich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Person über die Suche gewinne, diese Person schaut sich ein Video von mir an und damit nachher ist das Problem gelöst. Dann ist da nichts Exponentielles dabei, sondern ich skaliere mit der Anzahl, wie du gesagt hast, der Anzahl der Videos. Also ich habe mehr Videos zu mehr Themen. Dadurch vergrößere ich den potenziellen Pool an Leuten, die nach diesen Problemen suchen. Und damit kann ich dann wachsen. Oder ich werde innerhalb der Bubble, die es gibt, vielleicht größer und wichtiger, weil der Algorithmus versteht, dass ich tolle Antworten zu den Problemen habe, nach denen da gesucht wird. Aber dieses wirklich x-fache Wachstum, also wo ich halt aus einem Zuschauer eben gleich mehrere Views mache, das entsteht am besten über inspirativen, unterhaltsamen Content. Was nicht heißt, du hast die Vorteile für Help-Content ja schon angesprochen, aber eine Sache möchte ich challengen. Wir sind dann vorhin von dem Thema abgekommen, deswegen bin ich da nicht mehr darauf eingegangen. Du hast gesagt, Hero-Content ist aufwendiger, Hub-Content ist teurer als Help. Ich möchte das challengen, weil der Produktionswert, der Produktionsaufwand nicht mit dem Format zusammenhält. Das stimme ich zu. Das ist tricky gesagt, weil Hero-Content ist einfach nur, und das hast du schon gesagt, Content, der neue Reichweiten erreicht. Und das kannst du ja auch nicht nur über Production-Railure machen, also teurere Produktionen, sondern auch, indem du andere Dinge machst, die besondere sind. Du könntest ein ganz normales Video machen, der einen Hype verfolgt. Dann kann das auch Leuchtturm-Content, Hero-Content sein, weil da neue Reichweiten mitbringt. Jeder, der jetzt gerade auf Sam vs. Walt reagiert. So, Reaction-Videos sind jetzt wirklich nicht aufwendig, aber du kannst es für dich zu einem Hero machen, indem du zum Beispiel als Anwalt auf 7 vs. Walt reagierst und kommentierst, was irgendwie man vertraglich da machen muss mit den Leuten, damit die irgendwie nicht, die Macher nicht in den Knast gehen. Total. Dann haben wir ja auch alles behandelt, also gut, dass du das nochmal mit reingebracht hast. Beim Help-Content wollte ich eigentlich gerade auf das eine hinaus, dass man sagen kann, hey, okay, Help-Content ist super, um ein kleines Grundrauschen zu haben, aber es bleibt immer klein, weil diese Grenze an Suchvolumen immer irgendwo ist. Ich glaube, du hast total recht, was das Overall-Budget angeht, weil Hub-Content schon eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert, damit diese Binge-Ability wirklich entsteht, damit die Leute wirklich reinkommen, in das Regelmäßige schauen. Du kannst mit Help-Videos theoretisch auch mit 10 Videos starten und also die Regelmäßigkeit bei Help-Videos ist einfach sehr, sehr viel egaler als bei den anderen Formaten und dadurch ist es natürlich Overall schon günstiger und ja, die meisten Help-Videos sind billiger zu produzieren als Hub-Videos, das ist keine Frage. Ich sage nur, du kannst theoretisch auch Hub-Formate finden, die günstig zu produzieren sind oder Help-Videos, die arschaufwendig sind, je nachdem, was du machst. Man kann es alles sagen, also dann sind es vor allem Werbevideos eher in der richtigen Meinung. Ja gut, okay, das ist dann ja eine Frage, aber von wie definierst, also das ist ja nicht mehr eins der Formate, auch ein Werbevideo kann ein Help-Video sein, 100 Prozent, genau, aber ich kann dir Help-Videos produzieren, die 150.000 Euro das Stück kosten. Ja, das meine ich so. Ohne, dass es Wasted Money ist. Das wollte ich sagen, so Help-Videos muss nicht immer günstig sein, das ist wie du es willst. Lassen wir uns das Ganze schließen. Sollte man Help-Hub-Hero so noch anwenden, ist es noch aktuell? Meine Antwort auf meiner Seite war ja so, Jein, Prinzipien kann man anwenden, man muss gucken, welchen Case ich habe, welche Ziele ich mit meinem Kanal verfolge, welche Zielgruppe ich anspreche. Und dann muss man gucken, was ich möchte. Möchte ich organisch Wachstum forcieren? Ja cool, dann sollte ich vielleicht ein interessantes Hub-Format haben und dann vielleicht ab und zu Leuchtturm-Momente mit einbringen. Das sind ja leichte Prinzipien von Help-Hub-Hero und ich finde, ich würde kein Loch graben, das da reinschmeißen und sagen, gut, Zeit ist vorbei. Ich würde sagen, hey, hat noch Existenzrecht und kann man noch anwenden. Wie würdest du jetzt sagen? Hero, Hub und Help hat einen Zweck und der ist es nicht zu sagen, auf jedem Kanal muss in einer bestimmten Frequenz diese drei Videos stattfinden, sondern es ist ein Toolset, mit dem man Probleme löst. Du hast das Problem, du guckst dir deine Analytics an und du siehst, wir haben analysiert, in der Zielgruppe gibt es ein Need nach problemlösendem Content und der ist nicht besetzt. Es gibt keine Konkurrenz in dem Bereich. Wir sehen, im Moment bekommen wir 10% Traffic darüber, wir glauben, da ist ein Hebel drin, dann produzieren wir Hub-Videos, um da Traffic zu generieren. Wenn wir sehen, die Leute schauen ein Video von uns, aber dann steigen sie wieder aus, dann gehen wir rein, also Suggestions wäre eine Traffic-Quelle, die man sich dafür angucken kann, wiederkehrende Zuschauer, Videos, Views pro Unique-Viewer, sind so Metriken, die man sich dafür angucken kann. Wenn wir sagen, da ist ein Hebel drin, dann produzierst du Hub-Content. Wenn du sagst, hey, unser Kanal macht 70% Views über Subscriber und die Leute schauen jedes fucking Video, das wir online bringen, aber wir wachsen nicht, dann kreierst du Hero-Content. Also du hast diese drei Formate, Hero, Hub und Help, als ein Framework, ein Toolset, ein Werkzeugkoffer. Genau, und du bedienst dich eines dieser Werkzeuge, um ein bestimmtes Ziel zu lösen, nicht um deine Kanal-Release-Strategie aufzusetzen. Und vor allem nicht, um, wie im Schulbuch, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, wie im Schulbuch das aufzuklappen und es eins zu eins irgendwie nachzumachen, aber auch dann auch mit der falschen Perspektive sehen. Der rote Faden vom Kanal ist das Wichtigste. Mein Kanal spricht immer dieselbe Zielgruppe an, nur die Zielgruppen, also die eine Zielgruppe folgt nur diesem einen Kanal. Und wenn ich mehr möchte, was einfach komplett divers vom Thema ist oder so, dann muss ich mir überlegen, neue Kanäle zu gründen für andere Purpose. Was im Übrigen auch total gut ist. Du kannst ja sagen, du machst einen Help-Kanal, wo du deine Help-Videos online bringst, du machst einen Hub-Kanal, wo du deinen Hub-Content online bringst und ab und zu Heroes einstreust. Völlig fein. Du kannst ja Help-Heroes auch einstreuen. Also geht auf beiden, so direkt durch Kaffa ist da, ihr müsst ihn jetzt anwenden, wie ihr wollt. Und ich glaube, damit sind wir jetzt hier ganz gut auf den Punkt angekommen. Geil! Schaltet beim nächsten Video ein, wenn wir über welches Thema reden? Ähm, Marktforschung. Marktforschung, sure.